nicht ganz aber da wird noch ein raum sein da ruhig jetzt ungefähr hinguck in der mitte heißt wir gehen zum boss teleporter fressen das hähnchen keulchen da doch das da und porten uns jetzt zum eingang und gehen dann in richtung maria turm da wir als nächstes der schleim glaube ich also kommt er die pomme de terre war also pense de leon eigentlich der ist in der hölle gewesen glaube ich na gut aber sind beide machbar ja nee auf euch beide habe ich so wirklich bock aber ihr bringt eine kiste so ich hasse die eisplitter so sehr schön amour plus zwei und so viele lebenspunkte haben wir gar nicht verloren ist noch irgendwas zu zerhauen wo vielleicht ein händchen drin ist aber gold also dieser held ist echt ne hat jetzt schon boss umgebracht zwei minibosse 9300 gold nach hause gebracht wenn er jetzt sterben würde also die leichten bestatter bringen das gold irgendwie nach hause das habe ich noch nicht ganz verstanden wie das funktioniert aber ja und er weicht allem aus naja er weicht mehr aus als seine vorgänger es getan haben und merkt gleich ich bin ein wenig mehr motiviert aber das glaube ich immer so wenn man etwas besser kann als man dachte dass man es kann oder so ähnlich bist du ein boss nein du du escape und gut swing 9700 komm schon irgendwo ein hühnchen also ja wir müssten noch zwei hühnchen auf vorrat haben in den statuen aber nee wenn ich wirklich jetzt noch ein boss angehen sollte brauchen wir die für den boss oder vor dem boss also habe ich ein sehr schlechtes feeling denn wir müssen ja erstmal durch das ganze maiergebiet und das ist echt nicht ohne nicht wahr so der hat schon zweiter schlag ausgehalten und 10.000 geknackt sauber du bist auch noch einer du bist auch einer du hängst halb in so einem komischen kerzenständer drin das ist für ein bild doch ein wenig irritierend und hühnchen sehr schön mana kommt mit jo maier und ganz schön viele köpfe aber das ist machbar zwei schläge das ist mehr als machbar das ist clearbar ne ich glaube nicht wirklich dass wir maier klären können aber boss finden müsste schon drin sein ops ah ja hallo hallo und weg ja mana schaut auch gut aus ne ich guck erstmal in der richtung wo kommst du noch einmal her ja jahre noch ein hühnchen ich werd richtig verwöhnt hier momentan und da wo ein truck 16 er hat einen sein zeitgefühl verloren und fragt sich gerade ob er seine geschwister umgebracht hat weil er nicht sie erkennen konnte ja 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 ah mal johannes so kaputt 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 wow ok ihr deckt euch ja richtig mit euren geschossen hier aber nicht mit mir aber nicht mit mir oder auch doch aber gleich wieder ein Hühnchen hinterher das ist echt zu geil sing äh hopp sing ah hopp kommst du nicht ein bisschen verarscht wo dabei auuuu boss raum hihihihi also kisten einsacken kisten 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 so mana nehmen wir mit äh ganz kurz mal nach rechts und unten gucken ne 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 oh die können wir noch mitnehmen so ich werd langsam verrückt das schloss ist komisch und überhaupt töten n ah ja es ist da 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 bombet er da komm her bombet er du hast richtig coole musik hopp oh oh na wo bist du da bist du oh anstürmen anstürmen ist ok oh nicht doppelt anstürmen ja ja vorher ausweichen und so kommen hier runter hier runter ist irgendwie toller du stimmst ja schon wieder hast du da machst du da kein gutes gefühl bei der sache momentan noch mal stürmen zweimal stürmen ist okay wir haben noch 61 ein treffer noch ist tot so zweites mal stürmen ja und tot ja stimmt wir haben noch was aha nicht mit uns wir werden zehn sekunden später einfach noch mal sterben nein ja komm quatsch was wäre so geil wenn es noch schaffen ion sa comcomcomcom gogogo hahaha push Oh. Ha, 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 ha. So. Oh, Gottverdammig. Nein, 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 nein. Oh, wie geil. Ah, 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 Stachan, komm, Stachan, komm, Stachan, komm. Das war abgefahren. Das muss ich mir später noch mal in Ruhe angucken. Sehr schön. Lebenspunkte, Stärke, Lebenspunkte. Und Mega Man. So. Gib mir ein Hühnchen. Gib mir ganz schnell viele Hühnchen. Ähm, da kam rein. Ich glaube, hier ist noch eins. Jo. So. Übergang zum Wald, könnte noch einer sein. Jo. Übergang zum... Ah, ja, glaube ich nicht. Oh, doch. Sehr schön. Das heißt, wir können jetzt den Übergang zur Hölle suchen. Und dann den dritten Boss töten. Nein, ich glaube, das ist echt nicht mehr drin. Aber wir haben jetzt schon 16.000 Gold. Fast 17.000. Das ist Hammer. Ja. Du glaubst, du doofes Skelett kannst uns treffen, nachdem wir zwei von euren Wächtern gekehlt haben. Nix da. Sie ist nur unsterblich. Oh, oh, oh. Das sind ganz schön viele Geschosse. Ja, sag ich ja. Aber ich glaube, ich habe jetzt die Lesungspunkte schon wieder rein, die ich durch den Treffer verloren habe, weil das so viele waren. Komm, Hühnchen. Okay. Noch mehr Gold. Und da ist das Hühnchen. Und keine Stacheln auf dem Boden. Oh. Tun wir es? Nein. Erreiche mich in fünf Sekunden. Zwei. Sehr schön. Curse Rune. Das war Gegner. Machen mehr Schaden, aber bringen noch mehr Gold. Oder bringen mehr Beute. Steht dabei. Das haben wir, glaube ich, nie getestet. Also, ob die Curse Rune mehr bringen als die Gold Rune. Könnten wir auch bei Zeit mal machen. Aber jetzt erst mal Fälle ein bisschen überleben und so. Oh. So. So. Alles gut bisher. Kaputt, kaputt. Noch mehr Gold. Wir haben fast volle Lebenspunkte. Das ist Ham... Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nicht gerechnet, dass du... Dich habe ich... Oh. Weg hier. Das sind doch ein bisschen zu viele. So. So. Jetzt nochmal alleine, bitte. Also. Du schießt. Ich weiche dich aus. Das ist okay. Du bist tot. Okay. Wo war der Anstürmtyp? Da war der Anstürmtyp. Komm her. Komm. Stürme ich an. Du willst es auch. Komm. Oh, du bist zu nah. So. Oh. Noch so ein fieses Auge. Na. Na. Ganz doof. Verteilung. Das ist doch schon eine bessere Verteilung. So. Zum, 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 zum. Oh. 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 Mendo. Sie haben vollen Lebenspunkten zum Boss. Können wir, glaube ich, knicken. Oh, das wäre mir jetzt richtig viel Glück, was. Mühnchen angeht. Sag ich doch. Ach ja. Ist ja nicht so, dass wir gleich das ganze Schloss fast clear haben. Mit einem Leben. Oh. Ne, 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 ne. Und da war der Boss. Was haben wir hier? Sky Chest Blade. Mehr Mana. Mehr Hühnchen. Es fehlen nur 50 Leben. Wow. Da ist eine Kiste. Komm schon. Wenn hier noch irgendwo ein Hühnchen drin wäre, wäre das echt genial. Drei Lebenspunkte. Oh, Hühnchen. Ja, ne, komm. Mehr, mehr kann ich echt nicht erwarten. Also, Mana ist okay. Lebenspunkte sind fast voll. Töten unseren dritten Boss in Folge. Blub, 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 blub. Hallo, Herodotus. Komm, spring. So, erster Spalter. Wo zur Hölle bist du? Ah, wir können ja nicht sehen, weil du schummelst. Versteckt. So. Jo. So, wo bist du da? Bist du tot? Oh, wir haben langsam kleine. Wir haben langsam viele. Aber ist okay, ist alles machbar. Wir können gleich die ersten ganz kleinen. Wow, sind das viele? Die ersten ganz kleinen können wir gleich töten. Nicht die da. Das bringt uns Lebenspunkte und das ist toll. So, oh, oh, oh. Was zur Hölle kommst du hierher? So, komm, ein Schlag noch. Tot. Oh. Komm, stirb, 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 stirb. Oh, 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 oh. Du bist gar nicht mehr da, ne? Ne. Das ist ein Fake-Stachel. Oh. So, komm, gib mir Lebenspunkte, gib mir Lebenspunkte. Und sei tot. Tot. Sage ich. Aller Härte des Gesetzes. Tot. Das sind nicht mehr viele. Das sind echt nicht mehr viele. So, wo ist denn Magie hin? Versteckst du dich wieder durch dein 3D-Sign? Kritisch, okay. Oh. Nein, 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 nein. So, schön hier oben bleiben, damit die uns nicht treffen können. Oh, 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 oh. Nein. Doofer, kleiner. Das hätte echt was werden können. Aber gut. Tierisch, tierisch viele Gegner. Ein Boss. Noch mehr viele, viele Gegner. Noch ein Boss. Noch mehr viele, viele Gegner. Und so ein Dreiviertel-Boss. Wow. Das war mal ein Leben. Geld ausgeben. Wir sind richtigexc âg. ог swarmforschung.